Hallo, wir freuen uns, dass wir da sind. Ich bin nicht alleine, der Andreas Spechtl ist auch dabei. Und gleich geht's los. Wer geht putzen und wer wird Millionär? 50 Euro Frage, denn die Antwort fällt nicht schwer. Wer liebt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat den Wert gegeben und für uns bleibt ja nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiterlaufen, denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Besser wurden auch noch Reis, Champagner, Tanz und Kokain. Das wär'n schönes Leben, das kriegen nur die anderen hin. Für uns heißt es weiter recht, bekräbsen, wurschteln, durchschlagen. Nur ganz selten kommt's da mal zu Champagner, Kokain. Ich zähle täglich meine Sorgen und dabei denk ich noch nicht einmal an morgen. Ich hab' ja keine Angst, nur manchmal frag ich mich, ist das noch Bohem oder schon die Unterschicht? Unter all unsere Geistesgaben kommen gar nicht mehr zum Tragen, weil wir schon seit jüngeren Tagen sogar keinen Ehrgeiz haben, unsere Haut zum Markt zu tragen. Da kommen die Geistesgaben leider gar nicht mehr zum Tragen. Die reichen Leute, die gewinnt, man nur durch Platte, Speichelein. Das Geld ist platt, mein liebes Kind, das Geld ist platt und will auch platt gespeichelt sein. Und wer schon hat, der wird gegeben, und für uns bleibt ja nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiterlaufen, denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wer wird Millionär? Vielen Dank und jetzt kommt das Lied.